Und jetzt ist es eine ganz besondere Freude, den Hausherrn vorzustellen, Peter Flache, der hier, will ich mal sagen, ein richtiger Lokalpatriot ist, nämlich aus dem Nichts kann man sagen, hier ein großes Haus gekauft hat mit Familienangehörigen und hier ein Theater aufgemacht hat, ein Theatercafé und das alles renoviert hat. Und das ist mittlerweile so ein Treffpunkt von Künstlern, von Freunden. Ihr habt auch hier die Gabe der Gastfreundschaft, des Humors, der Freude und der Kreativität, die Musik. Du bist ein großer Kabarettist, Schauspieler in Dresden, sehr bekannt hier in der Region. Und das ist eine sehr schwierige Zeit für dich gewesen und es ist immer noch in diesen letzten zwei Jahren hier im Grunde die Stellung zu halten. Und wir sind sehr, sehr froh. Du hast dann Exerzitien angeboten, Gottesdienste und Gott sei Dank immer wieder auch Musik geschrieben. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier sein dürfen. Und jetzt, dass du uns, ich weiß nicht, irgendwas erzählst. Du hast damals gesagt, ich habe, glaube ich, einen großen Sarg gekauft hier. Ich habe einen großen Sarg gekauft. Aber ich denke mir, aus diesem Sarg ist echt ein Ort des Lebens geworden, der Begegnung, der Freude. Und ich bin jetzt so, sehr froh, dass du jetzt zu uns sprichst. Also, herzlich willkommen, Peter Flache. Vielen Dank für die netten, einführten Worte. Zu viel des Lobes auch übrigens, weil erstens ist es nicht so toll, wie es aussieht. Und zweitens ist es nicht mein Werk. Es ist nicht mein Werk, sondern ich, zumindest nicht allein. Also, da hängt also wirklich die ganz große Familie dran, die Geschwister meiner Frau. Und meine Frau ganz besonders, die hier im Hintergrund wirkt. Und was wären wir Männer ohne unsere Frauen. Das kannst du nie nachempfinden. Aber das ist tatsächlich so. Und ich bin jetzt auf diese Sache gar nicht so richtig vorbereitet. Ich habe, das heißt schon, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich mache mir immer ständig irgendwelche Gedanken. Und was mein Leben hier oder was unser Leben hier in diesem Haus bedeutet und was es möglicherweise für andere auch bedeuten könnte. Und wie gesagt, ich bin ja Kabarettist und schreibe Gedichte fürs Radio noch und unterhalte mit diesen Gedichten mein Publikum. Und ich möchte ein Gedicht anfügen oder einflechten jetzt. Das sind humoristische Gedichte und ich hoffe, dass es einigermaßen ankommt. Und nachher möchte ich etwas zu diesem Gedicht sagen. Die Gießkanne. Die Gießkanne. Die Gießkanne hat ein Loch. Zwar hält sie das Wasser noch, doch bin beim Betig angekommen, ist die Hälfte schon entronnen. Die Radieschen dursten immer mehr, jedoch auf dem Weg vom Hahn hierher, da vegetiert es froh aus jeder Ritze und das trotz des Sommers Hitze. Und wisst ihr, was ich mir überlege? Ich pflanze das Gemüse auf dem Weg. So, das ist ein Gedicht, worüber wir erstmal ein bisschen lachen müssen, weil jemand einfach die Dinge nie begreift, wie sie sein müssten. Und es ist auch ein Gedicht, was irgendwie mich als Mann auch betrifft, dass ich oft die Dinge verschlampen lasse. Ihr müsstet mal in meine Werkstatt gucken. Und das ist halt, weil immer alles irgendwie so schnell gehen muss und weil immer schnelle Ergebnisse sein müssen. Und da ist der und das und plötzlich kommt jemand und auch während wir hier sprechen, wird draußen gebaut. Vorher noch der Bagger lang, es tut sich überall was. Im Grundstück steht wieder ein Container. Es sind noch Arbeiter, die hier arbeiten, sind also heute mit unter uns. Und das ist gelebter Denkmalschutz. Dieses Haus steht seit 800 Jahren und es geht also auf eine alte Burg zurück, die aus dem 13. Jahrhundert kommt und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber das wirft einen Blick darauf, was meine Position, was unsere Position in dieser Zeit ist. Wir sind nicht der Anfang und nicht das Ende, sondern wir sind hier so ein bisschen mit drin, machen unser Ding und mehr nicht. Und wir machen unsere Fehler und ich habe viele Fehler gemacht. Das Haus hat mich viel, hat mich schon auf die Knie gezwungen, also auch als Handwerker. Ich habe das ja nicht gelernt, jetzt hier Gedichte zu schreiben, sondern bin ja Tischler gewesen und mein Schwager ist Elektriker. Und wir haben zusammen die Hütte hier gebaut und den Garten gemacht und geklempnert, gemauert, geschweißt. Trockenbau, Fenster einsetzen, Türen einsetzen und das ganze Ding. Und alles immer ohne Kredit, ohne Hypothek, immer kleine Brötchen gebacken, immer irgendwie versucht durchzukommen. Der heilige Josef hat eine Bedeutung für dieses Haus, denn das Haus war nach dem Krieg zum Caritas Seniorenaltersheim St. Josef geworden. Und St. Josef war, also dem heiligen Josef war dieses Haus geweiht. Und ich hatte aber schon vorher zum heiligen Josef eine besondere Beziehung, eben weil er so ein Handwerker war. Aber eben nur deswegen. Und es kommt auch noch hinzu, dass mein Vater, der vor zwei Jahren gestorben ist, am Josefstag seinen Geburtstag hatte. Deswegen habe ich immer so ein tiefes, und es wächst immer mehr. Und ich kümmere mich jetzt um meine Mutter, ein bisschen im Haus noch was zu machen ist. Und sie gab mir jetzt mal die alte Schubkarre von meinem Vater mit. Eine alte, schwere Eisenkarre. So eine Schubkarre, also von einem Rad. Und ihr wisst, was ich, ja, so gut. Und jetzt gehe ich durch den Garten und schiebe seine Karre. Und das, also die, also ich sehe ja schon seit meiner Kindheit, mein Vater, wieder mit dieser Schubkarre. Zu DDR-Zeiten gab es also da auch nie immer ständig, dass man sich neue Geräte kaufen würde, sondern die wurde immer wieder gestrichen und geölt und das Rad neu gerichtet und so weiter. Und mein Vater hat die also gepflegt. Und die ist wirklich hundeschwer. Also da braten wir schon eine Karre, um die Karre zu bewegen. Also die, so, aber die ist eben sehr stabil und ich sehe den immer wieder, und ich habe den immer gesehen, wie der gebaut hat bei uns zu Hause, die Garage gebaut hat, das Haus gemacht hat. Und jetzt schiebe ich seine Karre. Und das ist mir ein ganz symbolischer Satz geworden, dass ich in einer Tradition auch stehe. Mein Vater, dessen Tun immer mehr Bedeutung für mich hat, als ich also zu Lebzeiten nicht hatte. Interessant. Was hat das mit dem heiligen Josef zu tun? Der heilige Josef begleitet mich immer in meinen handwerklichen, wie soll ich es sagen, Kleidflügen. Also wenn du bestimmte Dinge nicht vorausschauen kannst, also wie soll ich es sagen, du kannst bestimmte Dinge nicht planen. Also gerade wenn du so ein altes Haus hast, fängst du irgendwo ein Zimmer an, wie jetzt, wo wir den Keller hier angefangen haben, haben den Beton rausgeholt. Plötzlich merken wir, da ist ein alter Fußboden drunter. Flusssteine hat man da hingelegt. Warum hat man das gemacht? Was ist hier gewesen? Und so weiter. Alles. Und wir wollten eigentlich einen neuen Fußboden reinmachen. Und jetzt merken wir plötzlich, dieser alte Fußboden hat eine ganz andere Bedeutung. Gibt dem Raum einen ganz neuen Charakter. Und dieses immer wieder Neugucken, was sagt das Haus, hat auch was mit meinem Leben zu tun. Und auf was für Menschen stoße ich hier? Wer kommt hierher? Inwiefern beeinflussen die mein Leben? Ein wunderbarer Vortrag, gerade eben vom Alexander. Und das sind natürlich riesengroße Fußspuren hier, die ich nie rauskomme. Also es tut mir leid, dass ich jetzt mit diesem Gestümpfer nachkomme. Aber es bewegt mich sehr, was mit mir selber zu tun hat. Logisch. Und das erste Mal bin ich auf den heiligen Josef gestoßen, als ich hier gebaut habe. Und das war die erste Zeit, als meine Familie noch in der anderen Wohnung lebte. Wir waren noch nicht hier eingezogen. Und ich habe dann meistens bis spät in die Nacht, habe ich hier noch gebaut. Und dann hatte ich so ein paar Bretter und wollte noch ein Regal bauen, weil ich meiner Frau irgendwie eine gute Küche bauen wollte. Und dann habe ich das letzte Brett dort irgendwie zugesägt mit einer Tauchsäge und säge das ab. Und wie ich den Winkel dort wegnehme und das säge, merke ich, dass es völlig schräg geschnitten, also dass ich mich völlig verschnitten hatte. Und das war das letzte Brett. Ich hatte keine, und da habe ich das hingeschmissen und bin erst mal weggegangen. Also das ist erst mal, das ist die typische Reaktion. Erst mal so, dieses weg. Und bin ich in die Küche gegangen. Das war jetzt nicht schlimm. Also ich hätte mir am nächsten Tag ein neues Brett kaufen können. Aber manchmal da verbeißen wir uns eben und freuen uns auch daran, etwas Schönes fertig zu kriegen irgendwie. Und dann gelingt uns das nicht und das kotzt uns irgendwie an oder es kotzt mich an jedenfalls. Und ich war dann ziemlich am Ende und dann habe ich zum heiligen Josef gebetet. Ich habe gesagt, was hast du dir jetzt wieder hier, was hast du dir hier wieder einfallen lassen? Warum hast du mir nicht geholfen oder so? Was soll ich denn jetzt machen? Wie wollen wir das hinkriegen? Und dann habe ich mir in der Küche, wo ich also, da hatte ich einen Ofen, das war kalt, so wie heute. Und dort habe ich also nachgedacht, ich weiß es noch wie heute. Und das mag für euch bestimmt irgendwie banal klingen. Und dann habe ich so nachgedacht, habe gesagt, jetzt schneidest du eben dort den rechten Winkel nochmal dran. Und dann ist das ein bisschen kürzer und du nimmst es an der anderen Seite raus. Vielleicht sieht es nicht. Und bin wieder zurückgegangen an das Brett und da sehe ich den Winkel und lege den an und das stimmt genau. Stimmt genau. Jetzt kann es sein, ja du hast dich gehört, als du geschnitten hast und hast nie richtig geguckt. Dann war es erstmal zornig oder so, kann ja sein. Aber es war für mich so ein Wunder. Es war so ein Wunder, war so ein Ding, einfach so. Und da bin ich aufmerksam geworden, dass also auch der heilige Josef diese kleinen, diese wirklich diese Sachen ordnet. Nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Sachen ordnet. Und wir machen immer irgendwie hier, ja Gottesdienste, seit der Corona-Zeit sind sogar mehr Gottesdienste als gewöhnlich. Und Exerzitien führen wir auch hier durch und wir machen das große Gebetsleben uns sicherlich und versuchen irgendwie hier eine Art geistige Heimat für viele zu sein. Aber das kleine Gebet, das tägliche mit hineinnehmen, in das normale Tun, wie Theresa von Avila sagt, Jesus ist auch zwischen den Kochtöpfen. Das ist also immer dieses, so, jetzt ist hier der Rechenlocker, jetzt quietscht die Karre, jetzt, was machen wir hier, Josef, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen und wie mache ich das? Ich hatte keine Ahnung, wie viel Farbe ich brauche, als ich hier das Schloss, innen drin jetzt das letzte Baustelle gestrichen habe. Norbert war dabei und so und wir haben da so eine riesengroße, riesengroßen Pott gemischt und ich hatte irgendwelche Farbe gekauft, ich habe noch ein bisschen Zeit so. Und ich wusste, es ließ sich überhaupt nicht prognostizieren, wie viel man braucht. Also natürlich kannst du die, ich habe die Quadratmeter ausgerechnet, das ist grob überschlagen, aber dann habe ich, weil ich schon von meinem Wesen her zur Überdimensionierung neige, habe ich erst mal die doppelte Menge an Farbe gekauft. Und dann habe ich das irgendwie alles, also was auf dem Etikett stand, für was es hätte reichen müssen. Und dann haben wir das alles zusammen in einen großen Mischeimer zusammengekippt und wollten einen Farbton mischen und dann sah das blöde aus und ich habe mich dann geärgert. Und dann habe ich immer gebetet, Heiliger Josef, ich mache das hier irgendwie, aber du musst es gut machen. Also ich mache es, aber du musst es vollenden. Es ist ja dein Haus. Es muss irgendwie dafür zukommen. Und mir hat der Farbton, das ist zu gelb und Norbert hat immer gesagt, nee, das sieht gut aus. Und ich sage, nee, das ist Mist. Und dann haben wir den ersten Farbtopf verstrichen und das war gerade mal ein Achtel der gesamten Fläche gestrichen. Und ich habe gedacht, das reicht nie, es reicht nie. Und den Farbton wirst du nie wieder so hinkriegen. Es ist so, diese Verzweiflung. Am Ende ist es eine super Farbe gewesen, es sieht wunderbar aus, die Farbe hat gelangt, es ist noch ein kleiner Pott übrig für Reparaturen. Und das sind natürlich kleine Beispiele, was der heilige Josef für dieses Haus tut. Sicherlich Jesus Christus, aber Josef sieht meine Armut. Und jetzt ist es eben so, dass ich eben auch sage, ich mache das hier. Oder dass wir in der Familie sagen, wir planen das, wir ziehen das durch oder so. Und genau das ist das, dass es dann nicht oder nicht gut wird. Erst diese Hilflosigkeit, dieses Kindliche, ich kriege es nie hin, ich habe das Brett verschnitten, ich gehe es nicht, die Farbe reicht nicht. Diese Verzweiflung, wenn die eigenen Mittel versagen, wenn es wirklich nicht mehr weitergeht, wenn du auch das dir eingestehst und sagst, ich komme hier nicht weiter, dann greift das, dann greift das, dann greift der heilige Josef ein. Das war eine interessante, da gab es eine Phase in meinem Leben, ich hatte eine ganze Reihe von Geld angespart, weil wir irgendwie noch bauen mussten und ich habe ja auch nie gewusst, wie das jetzt weitergeht und jetzt kommt hier irgendwie eine Finanzkrise, was mache ich mit dem Geld oder wenn das Geld jetzt verloren geht, was du mühsam gespart hast, weil du eigentlich hier noch das Haus bauen wolltest oder weil du hier noch ein Gästezimmer reinbauen wolltest, was wird mit dem Geld, wenn das Geld verfällt? Muss ich das in Gold anlegen oder in Schmuck oder ich kriege jetzt einen Bauantrag nicht, ich komme nicht hinterher, was mache ich? Und ich hatte dann wirklich schlaflose Nächte, weil auch Leute mir Floh ins Ohr gesetzt haben und gesagt haben, du musst irgendwie in Wertsachen anlegen, musst irgendwie versuchen, das ist auch ein Fluch, aber es ist auch eine Aufgabe. Wir haben ja hier ein großes Haus zu führen, wir brauchen auch ein Fundament, auch ein finanzielles Fundament, um hier irgendwie zu sein. Wir haben hier Fixkosten, die jeden Monat anstehen, die irgendwie zu begleichen sind und seit zwei Jahren bin ich praktisch harbeitslos in einer gewissen Weise. Natürlich, wir burschteln uns durch und es kommt schon wieder was rein, aber es ist eben nicht auf dem alten Level, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist einfach so. Es gibt gerade für die ganze Theaterbranche gibt es überhaupt keine Planungssicherheit, überhaupt nicht. Du kannst keinen Flyer drucken, keine Plakate, du kannst kein, für was, wie, wen. Man kann ein paar Termine machen jetzt im Sommer, aber dann ist schon im Herbst, man weiß ja gar nicht, wie das weitergeht. Das hat uns allen ziemlich den Wind aus den Segeln genommen, die wir so in der Kulturbranche unterwegs sind. Und viele Theater sind schon am Verzweifeln, am Aufgeben, haben viele schon zugemacht. Und ich denke, das wird noch weitergehen. Aber das ist eben diese Sache, was macht das Leben mit uns? Und als diese Finanzgeschichte, das ist nun schon wieder ein halbes Jahr her, Ja, aber als diese Unruhe in mir war, als ich dann merkte hier, du musst irgendwie zusehen, dass du irgendwie irgendwas rettest, verbuddeln, irgendwie, da habe ich dann abends gebetet, ich habe gesagt, Heiliger Josef, du machst das hier. Es ist auch dein Ding, hier für die Familie zu sorgen und dafür, dass das Geld nicht an Wert verliert oder dass es gut bleibt. So, und selbst wenn ich das jetzt hier zu euch sage, merke ich, wie ich also darauf, weil ich einfach auch ratlos war. So, vielleicht ist es euch auch so gegangen. Und seit dieser Zeit habe ich gesagt, okay, es ist jetzt so. Es ist, wie es ist und ich habe mich nicht weiter mehr darum dann bemüht. Und lasst den Dingen jetzt seinen Lauf. Wir strengen uns an. Es ist immer diese Diskrepanz, auch jetzt in dieser Zeit. Was kommt für eine Not jetzt auf uns zu? Inflation, kriege ich die Familie durch? Was soll ich anbauen? Wo schütte ich noch ein bisschen Heizöl hin? Und wie komme ich hier um den Ring? Also diese Angst auch, und das bleibt auch immer so. Die Sorge, die wir haben für unsere Familien, für unser Umfeld, für unsere Freunde, für die, die uns anvertraut sind, das bleibt eben immer. Und es gibt auch ein, und auch da gebe ich alles dem heiligen Josef. Ich gebe alles dem heiligen Josef und der Gottesmutter. Ich lege es ihnen einfach hin. Ich habe gesagt, ihr kümmert euch. Ihr seid auch auf der Flucht gewesen. Ihr habt das alles gemacht. Und trotzdem hatte Jesus trotz aller Bedrängnis, aller Armut ein nobles Leben, weil ihr Nobel wart, Edel wart, gut und so. Und das ist ja das, was eigentlich zählt. Es gibt ein Gedicht von mir, das heißt, So ein Drachen fliegt nicht von allein, er braucht den Zwirn im Gegenwind. Auch wir wollen ständig uns befreien, doch steigen nur, wenn wir gebunden sind. Und das bedeutet, dass wir diesen Halt brauchen, um zu steigen. Wenn wir diesen Halt nicht haben, liegt der Drachen einfach so im Wind. Dann können wir auch den Wind nicht nutzen als Auftrieb für unser Leben. Die Stürme, das, was uns entgegenbläst, können wir als Auftrieb nutzen für unser Leben, wenn wir angebunden sind am Gebet. Und das ist eben dieses, und das ist eben nie bloß, sich mal kurz, also das ist auch, wir haben ja eine Kapelle, eine richtige, also das ist ja eigentlich der Theaterraum, wo sonst also die Bühne ist. Wir haben auch noch eine richtige Kapelle. Und dort beten wir gemeinsam in der Familie, auch einzeln. Und, aber es ist eben nicht bloß dieses morgendliche, mittagliche, abendliche Nachtgebet, sondern es ist das immerwährende, immerwährende, jeder Atemzug, jedes Stück Holz nachlegen, jedes Fenster putzen, jedes Essen zubereiten, immer das, immer dort mit reinnehmen. So ist es. Das möchte ich euch mitgeben. Es hat mir sehr viel gegeben. Es hat mich also, wie gesagt, auch demütig gemacht, das Haus mit all seinen Belastungen. Der Apfel ist noch lange nicht gegessen. Es ist ein Riesenbauvorhaben. Ihr müsst unbedingt mal kommen, euch die Hütte angucken. Es ist gigantisch, was noch zu tun ist. Und ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Das ist ja immer so eine Sache. Du nimmst ja immer vor, das hier irgendwie zu stemmen. Aber auch das Eingeständnis, ich schaffe es nicht. Warum auch? Lass los. Und ja, ich danke, dass ich hier kurz reden durfte. Ich hoffe, es ist einigermaßen was angekommen. Ich kann bloß den Heiligen Geist bitten, dass das übersetzt wird, das Gestümpfer. Und ja, geht weiter mit Pater Paulus. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.